Jahrhundertelang herrschte Harmonie. Die Titanen waren die Wächter der Natur. Und die großen Affen wurden die Beschützer der Menschheit. Wir haben ein Signal entdeckt. Sie kann es spüren. Kong. Godzilla. Sie spüren es auch. Etwas kommt auf uns zu. Etwas, vor dem sogar sie sich fürchten. Lust auf einen Ausflug? Dachte, du fragst nie? Versuch deine Zunge nicht zu verschlucken. Was? Oh mein Gott! Ist das ein Minikon? Oh mein Gott. Das ist nicht nur ein Signal. Es ist ein Aufruf zum Krieg. Was ist das? Kong allein kann das nicht aufhalten. Er ist nicht allein. Bei ihrer letzten Begegnung war das beinahe Kongs Ende. Sie müssen sich nicht mögen. Sie sollen nur zusammen kämpfen. Jetzt habe ich alles gesehen. Es gibt geringfügige Erweiterungen. Oh! Erweiterungen. 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 Vielen Dank.